Hallo, ich bin die Jasmin und bin hier an Beats, Thun Bern. Ich interviewe hier gerade Lisa Gerber. Wie gefällt es dir hier? Hier gefällt es mir sehr gut. Ich war ja schon mehr hier. Ja, schon zweimal. Wieso bist du schon heute hierher gekommen? Wir sind in der Schule hier und in dieser Forscherecke. Hier? Ja, es ist sehr cool hier. Von wo kommst du? Von der Stadt im Simmertal. Welches Experiment machst du gerade? Wir haben gerade die Wasserbombe gemacht. Was hat dir bis jetzt am besten gefallen? Ähm, hier das Postauto, wo man damit fahren konnte. Mit wem bist du hier? Ähm, mit der Schule bin ich hier. Welche Fächer hast du am liebsten in der Schule? Ähm, Sport. Welcher Beruf möchtest du auch mal gerne machen? Ähm, Fachfrau, Betreuung und Kinder. Gut, das war es jetzt mit dem Interview, in dem ich Lisa interviewt habe. Mhm. Muss ich das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017